hallo mein lieben und herzlich willkommen hier ist wieder euer heins mit einer neuen folge youtubers live wir haben immer ein paar events ich habe immer hier t-shirt und jackett vielleicht ist das ist noch ein bisschen straff ich muss noch ein bisschen mehr abnehmen aber immerhin steckrocken muss bei mir immer sein ist müssen ja zu dem spiel etwas komisches machen hier müssen wir ja ein bisschen so was müssen wir jetzt eigentlich machen wir haben hier gar nichts und punkten müssen wir und wir haben keine üfträgen mehr du mir haben wir auch die pippen haben wir lange nicht mehr wir müssen mal wieder pippen all event vor zwei tagen ja nun kommst du mal nicht wieder zurück was macht er denn hier was ist denn das immer alter immer wenn ich da draufgehe und was lesen will komme ich dann immer nie wieder zurück verstehe ich nicht jetzt also ich kapiere ich nicht das ist was das immer ist so wir wollten pippen trotzdem wenn man das lesen will das ist ja furchtbar bin ich schieb ich weiß nicht mal soll ich pizza oder grillkäse essen bevor ich uns mitgehe wir fragen mal pizza oder grillkäse so nachricht was macht denn der denn wieder machen wir was haben wir noch was angefangen ich sehe jetzt nicht mehr durch alter machen wir jetzt irgendwas stimmt doch hier jetzt nicht haben wir was angefangen haben wir es noch nicht beendet haben wir haben das video abgebrochen ich sehe jetzt nicht mehr spielwörter gespeichert ja und nun können wir schlafen gehen Leute ich muss hier mal keine ahnung was ist denn jetzt los das doch oder was was machen wir jetzt ja und von Ja, haben wir was auf Automotisch gestellt? Nee, nicht mehr durch, Alter. Stellt er das auch hinten an? Mensch, was ist denn das jetzt hier für ein Mist? Achso, ich habe auf Pause gestellt, Mensch, Leute, das müsst ihr dort leise sagen. Ich mache hier. Alter. Ich habe auf Pause gestellt. Deswegen ging das nicht. Euer Heinz, der Experte, du. Wieder Folter-Experte. Wir machen das Automotisch mal mit den Karten auswählen. Ich bin voll der Experte. Folter-Experte. Rotschläge sind immer gut. Ich habe das Puzzle gelöst. Können wir mal Rotschläge geben. Und eine Zusammenfassung. Weil das werden immer mehr Karten hier. Also machen wir automatisch. Da kann ich ein bisschen zugucken. Ich schalte die Kamera aus. Und tschüss. Warte mal. Warte mal. Noch einen Titel habe ich. So. Bleib gleich so. So. Was machen wir jetzt? Wie kriegen wir das jetzt hier zueinander geregelt? So. So. Jetzt haben wir mal. Warte mal. Warte mal. Ich hatte da gerade was gesehen. Wo man das so schön miteinander verknippern könnte. Verknippern. Das hier werden wir verknippern. Das können wir mit dem verknippern. Warte mal. Das können wir mit dem verknippern. So. Ja. Dann tun wir das mit dem verknippern. Passt nicht so ganz. So. Dann tun wir. So. Und. Jetzt ist das Interesse ein bisschen schon höher. Das können wir auch dann hochladen. Machen wir. So. Ich hatte 30.000 Abonnenten erreicht. So langsam konnte man nicht zu den bekannten Jubiläuren zählen. Doch mein Zimmer wurde viel zu klein für mich. Ich brauchte etwas größer. Und noch viel mehr Videos zu machen. Ich brauchte eine eigene Wohnung. Neue Belohnungen sind auf dem Weg. Jetzt brauchen wir eine eigene Wohnung. Ich denke das geht nicht mehr. Yeah. Hey. Lebensziel erreicht. Schauen wir mal ein bisschen hin. Oh. Wir sind. Was sind wir? Ne. Abbrechen. Drück. Ne. Ne. Hier. Wieder sind wir. Essen müssen wir euch schon wieder. Mensch. Ja. Ach. Schau mir beim Spielen zu. Naja. Wenn du denkst. Kann man hier von sich aus nicht. Ach. Hier kannst du keinen Vlog machen. Zuhause. Einfach so. Können wir uns umziehen? Wollen wir da umziehen? Dann brauch schon wieder einen Titel. Nein zuhause. Ach. Jetzt können wir umziehen. Du. Ziehen wir um. Dann machen wir eben. Wir ziehen um. Ne voll der Experte. Das hebt wir uns öff. Wir ziehen um. Dann schmierst das alles in meinen Kalender. Machen wir mal. Bumm. Bumm. Machen wir. Beim Outziehen muss ich mir Gedanken. Darüber mache ich meine Wohnung. Hey Heinz. Ich habe gehört, dass du eine größere Wohnung ziehen möchtest, weil du etwas mehr Platz brauchst. Bist du dir sicher, dass du mich nicht als deine unschlagbaren Kumpel mitnehmen willst? Danke für dein Angebot, aber ich lebe gerne hier. Du brauchst es momentan genug. Ja. Nicht da. Umzug. Oh, die neue Wohnung war toll und vor allem viel größer. Hier habe ich angefangen mein eigenes U2-Team zusammenzustellen. Ich habe meinen ersten Mitarbeiter für meinen Kanal eingestellt, um doppelt so viele Videos zu produzieren und Abonnenten zu gewinnen. Meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, gegen Bezahlung Videos von meinem Kanal hochzuladen. Da bekommen sie einen genauen Arbeitsplan von mir und ging wieder nach Hause, weil die Pause brauchten. Es waren die Zeit, einige Mitarbeiter zu finden, um bei deinen Videos zu helfen. Zuerst musst du einen Freund bitten, an deinem Team beizutreten. Wer ist denn das hier? Die Christina. Ich denke, ein Freund. Das muss ich hier machen. Aha, Freund. Beziehung. Mhm. Unterschreiben. Was muss ich da zahlen eigentlich? 60 im Monat. Na ja. So. Einen Monat. Wir machen erstmal einen Monat. Probe. Einen Monatsvertrauen. Unterschreiben. So. Ich hatte meinen ersten Mitarbeiter. Meine erste Aufgabe als Chef war es, ihnen alle Schritte zum holen und Videos beizubringen. Unter Info findest du nun alle deinen Mitarbeitern. Achte über die Stimmung. Aha. Du solltest deine Mitarbeiter lieber nicht verheizen, wenn das wirklich die Stimmung aussieht. Alles klar. Oh. Unter Management und Überträge verlängern. Mitarbeiter entlassen oder Zweckstressarbeit in den Urlaub schicken. Yeah. So. Mitarbeiter auswählen. Video aufnehmen. Was machen wir denn hier? Das ist noch hoch. Gameplay und fortsetzen. Automatisch. So. Los geht's. Zack, zack. Nimm drei Videos mit deinem Aufhörer. Und wir haben ja bloß jetzt einen Computer haben wir ja bloß. Hm. Müssen wir vielleicht mal aufrüsten, ne? Komm, jemand, geh nach oben. Müssen wir vielleicht mal aufrüsteln, die... Hm, 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 hm. Da kann man jetzt gar nichts machen, ne? Ach, das kommt gleich erst später. Weiß ich jetzt gar nicht. Hm. Ja, da gehen wir mal wieder nach unten. Ja, da gehen wir mal nach unten. Na, okay, nach unten. Schöne Wohnung hier. Mal ein bisschen rumdrehen hier. Und gucken wir mal. Ja, da arbeitet sie fleißig, ne? Fleißig. Ja, machen wir da. Schlafen müssen wir mal was essen. Haben wir noch was? Haben wir noch einen Kühlschrank, du? Noch einen Sandwich? Nicht, wir haben bald zu essen mehr. Hm, 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 hm. Du entscheidest weiterhin, für welche Spiele deine Mitarbeiter Videos erstellen und welche Einstellungen sie nutzen. Ach ja, behandle sie gut und halten sie bei Leinen, aber nicht mehr mit dir zusammen. Na sowas. So, wer will das jetzt hier? Reden. Hallo, mein Computer ist kaputt gegangen. Hallo Heinz, hab ich gehört. Mantanto DS. Ja, zuweisen. Der Christina macht das schon. Okay. Was denn jetzt? Hat die schlechte Laune? Nö. Noch die schlechte Laune. Oh. No. Ja, dann machen wir es ihm selber hier. Geht das schon wieder los, du? Kaum ein Doch da, dann muss man den Mist und alles selber machen. Es ist nicht zu fassen, du. Schon geht's los, du. Schon geht der Ärger los hier, ne? Wir machen automatisch, so. Da kannst du mich ein bisschen zurücknehmen, weil bei dem stressigen Spielen brauchen wir auch ein bisschen Pause, du. Da musst du schon mal was trinken. Machen wir euch eine Weile wieder das Gequassel auch immer hier. Es klingelt die Kasse, du. Es krasst die Klingel. Wir müssen, glaub ich, immer wieder zu irgendwelchen Events gehen, he? Und mit der soll mir drei Videos öffnen und ich weigere sich beruhig. Ich muss warten, bis mein Partner mit dem Video fertig ist. Natürlich. Du wolltest es ja nicht machen. Klack, 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 klack. So, jetzt kannst du hingehen. Jetzt kannst du ein bisschen rumklackern, klackern, 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 klackern. Jetzt haben wir hier erstmal zu tun mit dem Video. Das haben wir erstmal. Video hochladen. Das Problem beheben. Schlafen. Haben wir noch zu essen? Wir haben noch zu essen. Sandwich haben wir noch. Dann müssen wir natürlich auch noch mal einkaufen. Und zu essen mit dem. Danke, dass du mich auch leidisch haben. Natürlich, immer wieder gern, immer wieder gern. was haben wir jetzt noch zu essen noch ein sandwich können wir essen wenige pips wir brauchen pips jetzt müssen das hilft alles nicht du ich weiß nicht mal völlig pizza oder gegessen essen eine pips du meine pips zurück wollen wir gleich noch mal pippen hier damit was haben wir jetzt denn ich habe ja millionen noch nicht das gibt mehr daumen runter wie alles andere weil wir haben noch keine millionen aber wir sind wieder im pippen bereich sind wir wieder so kalender was haben wir hier eigentlich müssen wir hier gehen wir wieder auf eine kostümparty wir müssen uns ja auch wieder ein bisschen draußen herum vorgeln 30 das können wir uns leisten was nehmen wir für freunde mit was ist denn der papptippe laden wir mal ein und werden haben wir noch hier was haben wir noch hier von freunden das lässt er will noch so so jetzt tun wir der guten der gutsten jetzt kann ich wieder so die muss man ein bisschen arbeiten ich kann hier nur um tanzen und jetzt ist nichts mit schlechte laune sonst müssen gekündigt werden so die zi box das geht gerade also mittel das ist bloß noch mittel dann machen wir hier das fortsetzen so weiter neues videospiel haben wir schon wieder gekauft mehr müssen wir hier immer ein bisschen öhm 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 Ah, ist nicht viel. Nein, wir geben eine Zeit. So, die ist jetzt fertig. Das ist gut. Dann können wir gleich zeigen hier. Jupp. Noch mal stehen. Ei, 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 ei. Ah, geht. Können wir machen. Durchladen. So. Du gehst noch mal in der Helle. Das Video rendert gerade. Hi, ich bin da noch da. Alles leihen. Hilfe leihen. Okay. Bestimmt das, was wir hätten gern gebrauchen. Bestimmt. So, veröffentlicht. Achso, wir können ja hier auch. Kommentaren moderieren. Und bewerben. Was muss man bewerben? Preis 55 Dollar. Weitersagen. Erzähl deine Meinung. Machen wir mal. Haben wir hier auch noch nie gemacht. Und wir können mal Kommentaren moderieren. Da habe ich bei dem anderen alles noch kommen. Antworten. Ja, antworten. Ja, antworten. Die ist fröhlich. Da geben wir der Kleinen noch ein Video. Da haben wir die Aufgabe nämlich erfüllt. So. Wir haben jetzt nicht das verburgt, was angesagt ist. Natürlich. Na, da machen wir hier für die Z-Box noch eins. Mal gucken. So, automatisch weiter. Die geht ohne zu morgen. So, wir müssten mal einen Kühlschrank essen. Keine Karte. So. Was haben wir denn hier so schönes? Spaghetti Bolognese gibt es auch noch. Pizza, du. Wir holen uns mal eine. Zwei Pizzen. Hamburger nehmen wir mal vier Stück. Und hier nehmen wir mal sechs Stück. So. Haben wir es noch ein bisschen. Oh, haben wir schon wieder ausgegeben, du. Dann nehmen wir noch mal. Eben fünf Stück. Zack. Top. Müssen wir uns noch was holen? Wir müssen uns jetzt nicht holen. Wir müssen dann, glaube ich, irgendwann dann noch ein PC kaufen. Und zweitens. So, jetzt können wir was essen. Einen Hotdog nehmen wir jetzt mal. Einen heißen Hund nehmen wir. Videospiel, das haben wir ja gerade Geld ausgegeben. Kann ich dir drei Videospiele kaufen? Wir haben wirklich schon geguckt. Battle fail 2, du. 45, du. Trap pressing. Depressing Manager. Ne, dann nehmen wir mal das. Dann nehmen wir mal das. Was haben wir noch? Was günstig ist? Die sind alles ja teuer. Die PSP haben wir ja nicht. Oder ist das hier PSP? PSP, PSP spielen wir hier eben noch. Da holen wir eben Vegetarien. Ach, die liebe Güte. So, haben wir drei Spiele geguckt. Erfüllt. Ja, 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 ja. Mit der XP. Den wir gekriegt. So, wann kommt die Lieferung? Pippern. Wir können der Weile wieder pippern. Wir machen mal. Hatten wir lange nicht. Hallo, wie hübschen. Oh, das kommt mal wieder an. Der Pip kommt wieder an. Was hat sie denn nun schon wieder? No. Was hat sie denn nun schon wieder hier? Was ist denn jetzt? No. Müssen wir hier wieder das Video machen? Weil die keine Lust hat. Jetzt machen wir das wieder. Menschenskinder. Das ist aber auch vorschbar mit der Frage. Müssen wir entlassen. Das wird so nichts. Das finde ich ständig. Das geht so nicht hier. Wenn wir die Arbeit machen müssen, da brauchen wir ja keine Mitarbeiter her. Das ist ja vorschbar. Und dann will sie da wieder rumspielen. Das wird nix. Wir brauchen jemanden hier. Jetzt geh die auch noch nach Hause, du. Einfach so. Das ist nicht zu fassen. Geh die auch noch nach Hause. Mensch. Wie sollen wir ein Geld verdienen? Wir wollen YouTube-Store werden. Und die geht. Aha. Also. Das ist ja nicht zu fassen, du. Das ist ja einfach. Du bist ja wieder da. Jetzt wollen wir es selber machen. Ne, ne, ne. Hier ist was los. Ach, du meine Güte. Okay, Interesse. Okay. Ja. Ja. Wir laden es mal hoch. Wie die Spiel spielen. Komm. So. Wir laden es mal hoch. Ist nicht schön, aber mal gucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt es was zu arbeiten? Hier. Oh, 75 Geld, du Vertriebsmitarbeiter. Die tanzt wieder hier herum, nur statt endlich mal was Gescheites zu machen. So, dann macht die jetzt noch mal ein neues Video. Also eins muss ich jetzt noch machen, wie die aufnehmen. So, was haben wir denn hier? Relevantes Vegetarien mit der PSP. Los geht's. Zack, und wer ihr die meist wieder? Okay. Das ist ja nicht zu fassen, ist das ja nicht. Kommen die Events, ach, zur Kostümporti, du. Oh Gott. Was will denn die auch nicht schon wieder? Ne, wir müssen erst mal zur Kostümporti. Das geht jetzt wirklich nicht. Hallo, Heinz. Ne, wir gehen dann zur Party. Ist gleich soweit klein, gehen wir zur Party. Die Zeit rast und rast. Vielleicht hätten wir noch schnell was essen hier. Ein Sandwich. Hallo, Heinz, wir sind ein großer Fan von mir. Sagen, wie toll du bist. Ich liebe deine Videos. Das ist großartig. Minus 5. Was essen wir denn? Was essen wir denn? Immer wieder schicke Schuhe hier. So. Was ist eigentlich eine Kostümparty? Naja, da setzen wir hier einen Hut auf. So, zack. Und los geht's zum Event. Geht los. Und du machst schön das Video. Sonst musst du dich rausschmeißen. Wünsch du. Mal das Gemaule immer. Oh, hier sind wir auf der Party, du. Und viele zum Reden, du. Hier viele zum Reden, du. Hey Heinz, ja, das ist schön. So, was soll die jetzt reden? Hallo, mein Computer ist kaputt. Mal sehen, was die uns bietet. 48 Dollar, brechen wir mal ab. Was soll die hier? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Bla, 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 bla. Hoppla, bla, bla, bla. Oh, das ist schon mehr. Honey Play Studios 3 haben wir leider nicht. Die haben wir noch nicht. Die Honey Play Studios 3. Die müssten wir uns kaufen. Und die ist bestimmt wieder teuer. Honey Play Studios 3, du. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Da brauchen wir ja wieder eine neue Konsole. Ah, wir akzeptieren das mal und holen uns die neue Konsole. Honey Play Studios 3, du. So, wen haben wir denn hier? Der Bab Tipo ist gerade so, Freund. Ja, ich denke, tanzen. Haben wir schon getanzt, oder was? Oder hast du auch so eine Abbrechen gedrückt, du? Geh, voll ab, du, voll ab. Und doch, da ist der Freund wieder. Das ist gut. Ja. Über die Jacht reden? Aha. Ja, ja. Ja, machen wir denn noch tanzen, flirten. Wir haben jetzt flirten. Was passiert denn da? Oh, ja. So richtig. Ne, ne, dann tanzen wir immer ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Haben wir denn hier? Tanzen. Äh, da li, lalala, lalala. Lala. Ach, der Donal ist schon unser richtiger Freund. Oh, blablabla. Oh, Mensch, ich drehe hier auf mein Korb. Ich habe das Schöpf-Sitz nicht rausgemacht. So, was haben wir hier jetzt erreicht? Müssen wir noch über die Yacht reden? Haben wir das schon? Ja. Ja, so, wen haben wir hier? Roten, Grünhorchen. Aber Aho, wir reden immer Aho, da kann man immer nicht viel falsch machen. Keine Ahnung, von wem du redest, der sagt nur mein schlimmster YouTube aller Zeiten vorbeigem. Hahaha, ist ja lustig, du, wieder ganz lustig. Blablabla. Blablabla. So, wir müssen nochmal pippern wieder, pippern. Da gehe ich nicht drauf, das geht immer nicht. Party, Party, machen wir hier. Jawohl, jawohl, Daumen hoch, ordentlich Daumen hoch, jawohl. Haben wir wieder gepipst, haben wir wieder gepippt, gepippippt. So, wen haben wir hier noch, wer ist das? Oh, keine Fremden, oh Gott. So, wenn wir dann wieder zu Hause sind. Ähm, bla 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 bla. Blablabla. Blablabla. Ja, nochmal, nochmal. Über Leute reden. Hast du dich schon mit den Leuten unterhalten? Die sind so Witze, ich spreche gern mit allen. Das ist schön, das ist schön, ja. Mhm. Ähm, bla bla bla. Wenn wir das angehen, der YouTube-Store, Mensch, da muss da auch was werden. Hier muss ja was. So. Ja, wir sind gleich fertig, ja. Ja, mit denen, dann können wir nochmal umarmen, mal sehen, ob das geht. Ach, ne, das möchte er nicht, oh, 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 du, oh, oh. Dann tanzen wir nochmal, du. Ja. Wir gehen gleich nach Hause, geht gleich nach Hause. Ja, und tschüss. Da sind wir zu Hause, so. Oh, schon wieder das Video vorwerfen, also mit der Kirche können wir nichts anfangen. So, mit der können wir nichts anfangen. Haben wir schon wieder ein Video verworfen, das wird nichts mit der. Die werden wir wohl das nächste Mal, die werden wir raus schmeißen. So, wir machen erst mal Pause. So, meine Lieben. Ach ja, ein bisschen länger geworden, wieder ein Stück länger. Ja, hoffe ich, hat euch wieder gefallen. Denn ich freue mich, wie immer, nette Konstruktive kommen. Noch ein Däumchen nach oben, den einen oder anderen abonnenten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz. Dann gehen wir jetzt. Ich liebe dich. Ich liebe dich.